Und wie ihr jetzt sie halt, ne, wahrscheinlich auch nicht seht, wird die ganze jetzt wieder runtergefahren halt, ne, muss wieder halt hochfahren und jetzt erst mal ein und so auch noch. So. Ach, Schettger, du kannst halt auch wenn du drückst, dann war er vollbildet, tut das gleiche. Na, na klar, aber halt in das halt ein Tastendruck und Mausklick dauert länger. Ne, aber dann bleibt es halt dauerhaft, wenn du es einmal vollbildet hast, ne. Ja, echt? Ja, ja, also du warst halt oben neben dem Balken noch. Na, ne, ist ja klar, ne, ist ja klar, dann mach ich es demnächst. Das stört halt nie weiter. So, jetzt coveren wir mal den ersten, der ersten Camperpunkt hier. Dort rechts, rechts zu mir sind schon wieder welche. Im Gebüsch. Checken aber auch nicht, dass ich gerade mit allem, was ich habe, auf sie drauf schieße. Also ich gucke auf die rechte, oder du auf die linke. Und den komme ich einfach nicht ran, oh, er sieht mich. Ich habe beide gekriegt. Das war knapp, ey, weil ich die anderen beiden angefragt habe, aber die hätten mich bei einer Wisch dafür. Hm, okay. Überlebt mich mal bitte wieder, da ist noch einer irgendwo. Mit der UMP im Gras. Ja, ich habe es gesehen, aber ich treffe ihn nicht. Ich habe auch markiert. Ja, und dass man halt aufstehen muss, um halt anzunehmen, ist halt auch noch ein bisschen doof. Er lässt sich halt nicht. Guckst dir halt an, ey. Okay, wenn du die rechte Seite machst, mache ich die linke hier. Ich habe halt schon wieder drei Assists, aber keinen Kill. Ja, das ist halt mein Verdienst, halt, ne? So, B-Pot ausgepackt, und jetzt können sie ruhig kommen. Jetzt sollen die Laming... Bist du tot? Nein, nein, ich sitze hier noch. Achso, okay. Naja, es hat sich gerade angehört, als du bist so, dass du irgendwie zu Boden gefallen. So, ja, wahrscheinlich werden sie jetzt erstmal auf A gehen, so wie es aussieht. Wahrscheinlich werden sie gerade an der Base geraped, so wie es aussieht. Ja. Den habe ich gerade im Busch wackeln gesehen. Was ich auch cool finde, ist, wenn du die Bäume anschießt oder sowas, mit größeren Geschützen, dann wackeln die richtig. Das ist halt cool. Sehr realistisch. Oh, ich werde zusammen geschossen. Einfach Granaten werfen. Gut, 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 rechts sind sie. Ja, ins Gebüsch halten, nur noch drauf, mach hier und noch nicht. Kann der nicht sehen, Alter, keine Ahnung, ey. Ich glaube, wir liegen hier mit dem... LOL. Hä? Ja, durch den Stern oder was. Ja, Deadman Shooting wieder, Alter. Noch so ein Problem, der Bett hat. Dass halt irgendwie jemand, der tot ist, aber immer noch lebt, halt, irgendwie durch komplett alles durchschießen kann. Glitchmäßig halt. Das ist halt sehr nervig. Hilfkir im Bug. Das bezweifle ich, ne. Das ist halt wirklich so. Ich habe auch schon tote Menschen, also tote Charaktere, halt, ähm, rum, rum, ja, surfen sehen, kann man schon sagen. Ja, ich weiß, ich habe eine Granate hingeworfen. Das ist schon wieder der gleiche, der mich jetzt getötet hat. Der liegt da immer noch und kann mich irgendwie töten, ohne dass ich irgendwas machen kann dagegen. Sehr lächerlich. Ja, ich weiß. Sehr lächerlich, Konto. Der ist ja nicht mal sterben, der Typ. Ich gehe gleich hin und mache den Tod. Verdammt, links ist übrigens so ein Paar, der hat mich gerade voreingelaufen, ne. Den hast du gerade geholt, sehr schön. Jetzt hat er mich schon wieder getötet. Er ist halt gar nicht da, wo angezeigt wurde. Da war ich halt nämlich gerade. Ganz bestimmt, oh, was, 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 die Später, der Verschiede, der ist schon nicht umsonst annehmt. Was bin denn? Also A ist safe, das... A ist komplett safe, ey, da wollen wir gar nicht sagen. Okay, B auch. Das hat wirklich einen leichten Verschied bekommen, das hat sehr gut so ist. Au, verdammt. Ja, okay, das habe ich geahnt, dass das passieren wird. Äh, die sind links unten, ne, auf der komischen Straße, da. Ja, ich will gerade irgendwie, drei Sniper, die auf mich ballern, keine Ahnung, ich trau mich gerade nicht so raus. Alter, du bist doch tot, oder? Ne, ich lebe noch. Du bist mir aber als tot angezeigt. Die ganze Spass ist von hinten weggeballert und jetzt haben wir sie irgendwie auf mich aufgesehen. Jetzt bin ich tot. Oh, ich sehe gar nicht, ich sehe leider keinen. LOL? Ich bin gerade der X. Headshot! Links. Wo links? Frage, auf dem Weg, irgendwie halb so eine dumme Leichenspieler, ey. Vielleicht ist auch gerade gestorben. Oh, verdammt. Jetzt bin ich gerade gerettet worden, ey. Das scheint soweit alles ziemlich sauber zu sein. Na, kommt jemand über die Brücke. Hast du ja erwischt, ne? Das war ich nicht, ne, das war ich nicht. Das war jemand anders. Vielleicht war es die Hand Gottes. Wahrscheinlich war es bis irgendeine Scharfschütze. So, kannst du mir doch mal ein Heilungspaket legen, bitte, bei dir? Na klar, bei mir kann ich das gerne, aber ich weiß nicht, wo du bist. Na, verdammt. Na, weil ich gerade zu dir laufen wollte, aber links neben dir ist ein Gegner unten. Ne, 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 ist okay. Pass mal auf, der schießt mich gleich nochmal. Das hat er mich erwischt. Bullseye Duke. Da, wo der steht, ey. Ich weiß es auch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Du willst bei dir nie einsteigen, das ist total lächerlich, ey. Vor allem, weil ich habe doch einen Spawnband gelegt. Ich bin in den Mobilesbund trotzdem, ey. Ja, Teamfehl halt, ne. Rechts von dir muss irgendwo einer sein. Na, ich weiß, aber wo halt, ne. Ich habe markiert. Ist tot. Hä, wo ist wo? Da reint noch einer. Du musst mich verarschen, wo markierst du hier einen, Alter? Boah, da sind, da kommt einer. Ja, jetzt ist seine Waffe gekommen. Du musst durch die Schnee schießen, ey. What the fuck. Der hat meine Waffe geklaut. Ich weiß, ich sehe es. Komm, komm, ich gewohrensohn. Das ist dann fertig dafür, keine Ahnung. Ich glaube, es hackt. Leute, da hinten liegt sogar einer. Bei sechs sind auch, wir haben es lege gewonnen. Das war der Scharfschütze. Das ist ja geil. Rennen mit Noctay. Äh, wir defusen aber schon. Übrigens, genau neben dir war einer, ne. Genau neben dir. Ist schon wieder einer da drin oder so? Kann man los. Ich debuße noch mal kurz, bevor es spielzuhren ist. Ja, hat nicht lange gedauert, das Spiel, ne. Naja, ist halt klar, wenn der Team ja dominiert, ne. Nur Dritter, wie schlecht, ey. No, ich bin jetzt gefreut, als du das jetzt nur sagen. So, ja. Zack, snipen auch noch ein bisschen was. C-Squad, wieder mal. Ja, wir sind halt die Besten der Besten. Hab übrigens gleich. Wir sind der Besten, der Besten. Und dann lass mal schön den Tisch verrücken. Sie nennen mich gerade ein Duty Call. Was, ein Duty Call? Wieso? Duty Call? Das kennst du nie? Das Video? Bloods Creed! Achso, du meinst das Spiel oder was? Von, von, den Machen von... Bulletstorm. Klar, das kenn ich gleich. Ja, ich hab's sogar gespielt, das Spiel. So, kurz für eine Sekunde, mal kurz die Klappe halten, danke. So, und das war's auch schon mit den BF3 Beta-Eindrücken vom letzten Tag mit mir und dem Crash-Turnel 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Battlefield 3 Playthrough oder Reds Play oder Walkthrough oder was auch immer, was ihr halt gefällt. Und noch ein paar Multiplayer-Matches, die ich mit Crash bestreiten werde. Vielleicht werde ich auch ein paar Best-of-Frags und sowas zusammenschneiden. Naja, gut. Bis dahin. Man sieht sich. Und tschü, würde ich sagen.